Servus, Leute! Da sind wir wieder. Ähm, ich hab tatsächlich mal ein bisschen gegoogelt. Und, ähm... Man kann sich sogar scheiß Rüstungen machen, wusste ich gar nicht. Das probieren wir gleich mal aus. Na, komm schon. Machen wir uns gleich mal ein paar... Eine Rüstung? Meine Frage ist nur... Wenn wir uns eine Rüstung machen... Ähm... Ob die, ähm... Dann auch Gewicht zieht, ne? Ich mein, wir haben schon ziemlich viel Gewicht. Dafür, dass wir quasi nix haben. Das Lehm-Ding war fertig, ne? Brauchen wir nur noch Asche. Ne? Oh, zack drauf da. Ah, ich brauch gar nicht loslaufen. Die Angel lass ich mal hier. Okay. Er streift hier oben her. Ja. Ah, komm schon. ein paar stunden muss ich mich hinlegen und verkuckelt nicht leben nehmen ich hab den gar nicht gesehen der liegt ja noch scheiße noch ein verband und wir werden sterben du blödes drecksvieh so eine verdammte Scheiße jetzt werden wir auch noch krepieren das war's leute ich hab kein verbandzeug nix eine verdammte Scheiße kann ich auch nicht direkt laden ne schlafen hilft immer neunundzwanzig tage sind wir schon am leben so da sind wir wieder weiter geht die reise kein baum mehr mit äh hier dingens dingens bummens ja kleiner stick hm lurch wie lange sind die haltbar 16 stunden ein tag ich glaub ich mach gleich nochmal ne kleine wanderung aber nur ne kleine nicht an die nicht an sie haben sie 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 Die Angel wollte ich hier lassen, ne? Angel, zack. Ist der Krokodok noch hier? Ah, jetzt traut er sich nicht, ne? Feigling. Kanäle roh. Let's go. Let's go. Doodle-doodle-do. ich meine ja nur ne für das let's play und so und hier war noch Leon so, das haben wir mal her das steak Lianen, ich brauche Lianen, ich habe was vor gehen wir mal da lang brauchen auf jeden Fall ein paar Lianen wenn man sie braucht, findet man sie nicht ah, die scheiße Falle Lianen schluss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollen wir noch nicht? Leck mich doch am Arsch. So, dann misch mal ein bisschen Lehm da, Junge. Wunderprächtig. So, und jetzt wollte ich gerne mal testen. Rüstung. Herstellen. Zack. Blätterrüstung. Herstellen. 50,2. Haltbarkeit 40%. Okay. Ich meine nämlich auch, man kann... Anderhandleid. Plus Knochen. Und Seil. Haben wir noch einen Knochen? Okay, jetzt geben wir die Knochen aus. Mach ich das so nochmal. So. Zack. Zack. Ö, ö, ö. Machen wir das jetzt so. Herstellen. Herstellen. Und herstellen. Aber immerhin eine 40%-ige Rüstung, ne? Ist doch immerhin schon besser wie gar keine. So. Können wir eigentlich was hier reinpacken? Nein, können wir natürlich nicht. N. Blätterrüstung. Ich wollte was mit... Ich wollte mal ein bisschen mit Lehm humantieren, ne? Lehm Mischer. Machen wir mal eine Lagerkiste wieder. Ne, Quatsch. Schnelllagerkiste machen wir nicht. Lehm Wand, Lehm Dach. Lehm Schuppen Wand. Lehm Wand. Er fordert Wand Rahmen. Okay. Lehm Wand. Lehm Wand. Lehm Wand. Lehm Wand. Lehm. Lehm Wand. Lehm Wand. Das ist nicht so, dass ich rausgebe. Lehm Wand. Böken. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache, ne? Ich mach jetzt gerade nur so ein bisschen testen. Okay, wir brauchen Holzscheite. Vier, Achtstück. Ooo, Acht, 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 Acht! Das war's für euch. So, die fahre ich auch noch um. Die drei, sagen wir sechs richtig. Einscheid. Ja, Einscheid. Wo sind die anderen? Wieder weggespawnt, oder was? Hallo? Hallo? Hä? Wir müssen sechs Holzschalter haben. Geil. Zwei Bäume gelegt, zwei Scheide. Läuft. Läuft. Ich verstehe auch nicht, warum ich keinen Bambusrahmen genommen habe. Die haben on-mast Bambus hier. Ja, muss ich wohl da hinten nochmal rüber. Hä? Hier sind auch nur Bambuse. Scheiße, warum habe ich keinen Bambusrahmen genommen? Ich weiß nicht, dass es sich nicht hier Mist hat. Ich weiß nicht, warum ich keine Bambusrahmen, dass sie Me pixel macht. Und wenn es also um Bambusrahmen war, So, Seile brauchen wir sowieso. Warte mal. Ich wollte noch was testen. Wir haben noch einen scheiß Stein. Ist irgendwo ein dicker Stein rum? Natürlich nicht, ne? Okay, muss ich gleich mal gucken, wenn ich einen dicken Stein finde. Servus. Wo war denn die Brücke hier? Da. Ne. Da. Eine Stein-Pick-Ax für... Falls wir mal wieder eine Höhle mit Eisen finden. Können wir Eisen abbauen? Das wäre geil. Okay. Okay. Das ist noch ein langer Stock. Okay, holen wir nochmal ein paar Bambus-Scheite. Aber erstmal. Machen wir den hier. Ähm, herstellen. Herstellen. Eine Steinklinge. Ich glaube, so ähnlich ging das. So, jetzt machen wir den. Ein Stock und ein Seil. Eine Steinhacke. Sehr geil. Steinhacke. Wuhu! Äh, wo ist meine Rüstung? Hat er die jetzt abgelegt beim Waschen? Ich denke schon, ne? Macht ja Sinn. Vier, acht Stück brauchen wir, ne? Richtig. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Ah, die Idee mit den Bambus-Scheiten hier, die ist eigentlich ganz geil, ne? So als Steg. Okay, langer Stock. Okay, langer Stock. Da. Heines? Ein langer Stock noch. da so testen wir das nochmal Lehmwand hä? okay ich check's nicht was ist denn eine Lehm Schmiede da wird ja irgendwas eingefangen ja da sieht man natürlich jetzt nicht ne? natürlich auch geil hä? was sollen wir uns denn eingefangen haben? ist doch nix naja gut Egel? wo hab ich denn einen scheiß Egel? kann man die Rüstung wieder abnehmen? na gut ich würde sagen vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge und ich erkundige mich mal wie das aussieht mit diesen Lehmwänden wie man die bauen kann also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bis bald ciao ciao